...sieber zu machen. Na, natürlich, mein Fürst. Zehn Monate belagern wir nun diese Festung. Der Mönch braucht im letzten Krieg drei Tage dazu. Und Jemkin greift nicht an, weil er den Oberbefehl hat. Und die beiden anderen greifen nicht an, weil sie den Oberbefehl nicht haben. Morgen könnten wir schon in Oczakow sein. Bei Ihrer Tüchtigkeit, mein lieber Mönchhausen, glaube ich, dass Sie noch heute drüben sein werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist ja unglaublich! Ich bitte meinen dreisten Überfall tausendmalen zu entschuldigen, meine Herren. Habe ja völlig falsch disponiert. Wollte eigentlich nur einen kleinen Aufklärungsriff machen. Aber mein Richtkanonnierer, der Kerl, zielte aus lauter Vaterlandsliebe direkt in ihre geschätzte Festung. Na, so bin ich hier. Salle Beleitung! Fesseln! Aber nicht doch, nicht doch! Sie sind ja zwar eine fesselte Persönlichkeit, aber das geht ja entschieden zu weit, junger Mann. Warte mal, ich komme mal runter! Fesseln! Sie sehen, dass ich mich jetzt mal bekannt mache. Mein Name ist Ironimus von Münchhausen. Fesseln! Na, 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 na! Wo bleibt denn da die Gastfreundschaft? Ein anständiges Frühstück mit einem schönen türkischen Mokka? Sie haben ja lieber! Sie sind mein Gefangener! So, Sie möchten alles! Ich werde Ihnen dem Großherrn zum Geschenk machen. Einen Sklaven, der die Angewohnheit hat, auf Kanonenkugeln zu reiten. Hat der bestimmt noch Licht in seiner Sammlung. In den Minuten sind es nicht noch 20, mein Sohn? Drei, vier, fünf, sechs, sechs. Ich verstehe nicht, wo unser Läufer bleibt. Da heißt es, Bisküpp. Nicht Belgrad. Da liegt der Kerl! Was, der liegt? Ja, der Belgrad auf der Landstraße unter einem Fein bei uns schläft. Hat er den Tokajan? Ja. Schieß Christian! Ich bin so aufgeregt, Herr Dorn, ich fürchte, ich werde dich treffen. Du sollst ja gar nicht treffen. Schießen sollst du damit aufwacht. Ja, aber... Du redest nicht so viel. Schieß ihm eine Feige ins Maul! Allmächtiger. Na, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Siehst du ihn denn schon, Christian? Noch nicht, Herr Baron? Noch drei Minuten! Schade um so einen klugen Kopf. Er wackelt schon. Die Knie aber noch nicht, Kaiserliche Wife. Schade um so einen klug. 59 Minuten. Eins, zwei, drei. Zack! Husten! Fest! Fünf, zählen. Endlich Läufer! Einen schönen Gruß von der Kaiserin Maria Theresia an den Herrn Baron von Münchhausen. Danke. Gut, dass du es geschafft hast. Geh! Du und deine beiden Diener sind frei. Nun wollen wir weitersehen. Ich holte mein Gepäck und miete den Hafen ein schnelles Schiff. Ich komme nach. Ja. Dieser Tokajer ist tatsächlich besser. Mustafa! Ich bekomme den Wein und du bekommst die Prinzessin.